Und damit würde ich sagen, gauf Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal nicht Battlefield 1, das scheint auf den ersten Blick so zu wirken, aber ich habe eine kleine Neuanschaffung getätigt und zwar Battlefield 5. Die hatten ja auch einen relativ schwierigen Launch von dem Spiel, aber haben sich jetzt glaube ich doch ganz gut gebessert, war ja bei Battlefield 4 damals auch so und ich denke jetzt ist das doch ein relativ grundsolides Game. Ich habe das Spiel echt noch nicht lang, ich bin Level 13, also noch nicht sehr weit. Wir spielen heute mal die Sanitätsklasse. Ja, wie kam es eigentlich dazu? Battlefield 5 jetzt, obwohl ich doch Battlefield 1 schon habe. Ich wollte es einfach auch mal probieren und das gab es dann für 5 Euro auf Steam aufgrund der Winteraktion und da dachte ich mir, komm, da gehen wir mal rein und gucken uns das mal an. Und ich werde so ein bisschen, ja, drüber reden, was ich so halt von dem Spiel, was mir so auffällt. Ich will die beiden Games jetzt gar nicht so gegeneinander irgendwie, ja, aufwiegen, aber so ein paar Sachen fallen mir da doch auf. So, und jetzt versuchen wir erstmal zu C zu gehen und schauen mal, was wir so machen können. Es ist auf jeden Fall eine ziemliche Umstellung gewesen, das muss ich ehrlich zugeben, weil ich glaube Battlefield 5 ist etwas mehr in diese Hardcore-Richtung gegangen. Also gerade so, nice. Ja, so die Time to Kill und auch so ein paar andere Faktoren, das kommt mir alles ein bisschen, bisschen, ja, mehr Richtung Hardcore vor. Ähm, natürlich ist es immer noch ein casual Spiel, ja, aber so ein bisschen fällt mir das schon auf an einigen Stellen. Das ist weder gut noch schlecht, ähm, es ist einfach eine Umgewöhnung in meinen Augen. Mir kommt das Spiel, äh, doch ein bisschen, ja, nicht schwerer, aber schon, man stirbt irgendwie schneller, hab ich so das Gefühl. Was ein geiles Feature ist, was mir auch gut gefällt, sind die Animationen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich so hinlege, dass ich quasi auf dem Rücken liege. Ja, ne, das finde ich halt ganz cool. Ähm, oder auch beim Wiederbeleben, wenn man irgendwo ein- oder aussteigt in irgendeinem Fahrzeug. Noch ein weiterer geiler Punkt, der mir echt gut gefällt, ähm, das Sounddesign. Also klar, Grafik, da müssen wir gar nicht reden, ne, das ist, äh, das sieht einfach nur brachial gut aus, das Spiel. Hat er mich gesehen? Nein, ist es nicht. Oh, scheiße. Ah. Ja, das Spiel sieht zum einen natürlich super gut aus, aber ich finde auch das Sounddesign ist extrem geil. Also nicht nur die Effekt-Sounds, also Explosionen etc., sondern auch, weiß nicht wie man das jetzt nennt, aber quasi die Stimmeinspieler, wenn ich jetzt irgendeinem was hindroppe oder ich belebe einen wieder. Ja, oder auch sowas, wenn einer suppressed wird. Das finde ich halt wirklich cool, ähm, sehr, ja, sehr aggressiv, ähm, teilweise auch Schreie etc. äh, regelrecht brutal, wenn ich das mit anderen Battlefields vergleiche. Ja, also das Sounddesign und so finde ich mega, mega cool. Also das gefällt mir echt gut. Boah, Junge, was ein Longshot, geil. Movement, ja, wie gewohnt, ne, von den neueren Battlefields eigentlich immer top, man kann teilweise richtig hochklettern. Hier sieht man es auch, so ne, die, die Maps, äh, sind sehr vielseitig und haben immer auch so eine gewisse Vertikalität, was mir halt auch richtig cool, richtig gut gefällt. Also, dass man halt auf mehreren Ebenen kämpfen kann. Dann kann ich ja nochmal über was reden, was mir jetzt gerade noch so einfällt. Ähm, und zwar die historische Correctness quasi. Ähm, ich weiß, da gab's deftige, äh, Shitstorms teilweise gegen das Spiel, weil, erstens wegen diesen, alter, was denn da los? Erstens, dass es halt so Tarnungen und Gesichtsbemalungen gibt, also quasi Skins. Das ist halt alles andere als historisch, ähm, und, äh, der nächste gravierendere Punkt ist, spielen halt Frauen mit. Also, es gibt halt hier weibliche Soldaten. Ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen in dieses Thema, ähm, weil ich sage euch meine persönliche Meinung, ja, es ist nicht historisch korrekt. Ja, damals waren keine Soldatinnen, äh, ja, beteiligt im Krieg und sind mit an die Front gegangen, soweit ich weiß. Aber Leute, ganz herrlich, wen juckt's? Also, ich find's eigentlich nicht schlimm, mich stört's überhaupt nicht. Ähm, ja, mir ist es, mir ist es eigentlich wirklich scheißegal. Und ich denke, das, das gab halt einfach anfangs bisschen einen, einen leichten, ja, Shitstorm, wie das denn jetzt sein kann, dass hier Soldat, Soldatinnen mitspielen. Aber wie gesagt, also, mir ist das völlig rille. Ich find's auch überhaupt nicht schlimm, dass die hier mitspielen. Da kann sich natürlich jeder seine eigene Meinung machen. Also, ja. So, vielleicht können wir unseren Boy hier nochmal holen. Hier seht ihr es halt, die Animation finde ich sehr cool, sehr gelungen. Ähm, ja. Die Runden, äh, würde ich subjektiv jetzt sagen, gehen meistens ein Stück kürzer. Also, das Ticketsystem und so. Also, man hat halt lieber Tickets, also Respawns. Oh, oder was ist los? Ähm, wie viele Spawns quasi noch übrig sind, seht ihr oben? Das ist mir noch aufgefallen. Ist es gut oder schlecht? Keine Ahnung. Ich find's eigentlich ganz cool. Ähm, dadurch ziehen sich die Runden nicht so, nicht so stark. Ähm, Gunplay. Auch hier halt wieder mega geil. Verglichen mit Battlefield 1 haben wir hier durch das, äh, Zweiter-Weltkrieg-Setting natürlich einen entscheidenden Vorteil. Es gibt nochmal mehr Waffen, ähm, also nicht mehr, aber halt andere Waffen. Und gerade so die Auswahl der Visier und so. Da haben wir halt nochmal mehr Auswahl, äh, die, ja, wie wir halt unsere Waffen Ähm, anpassen können mit, mit irgendwelchen Aufsätzen, etc. Also, bis jetzt, ähm, man muss sich umgewöhnen, sage ich ganz ehrlich. Ich kann nicht mehr einfach so aggressiv hier lang rennen und, und nehme hier jeden mit, äh, den ich sehe. Also, ganz so ist es nicht. Äh, es ist schon etwas, alter. Ja, man muss ein bisschen mehr aufpassen. Es ist eine leichte Umgewöhnung. Ähm, natürlich nicht jetzt verglichen mit Squad oder irgend sowas, ist ja klar. Aber mir ist das schon so ein bisschen aufgefallen. Aber finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Das Gunplay, wie gesagt, ist, ist top und, und so weiter. Oh, jetzt sind wir hier bei B. Das ist ja behindert. Ja, gut, egal. Ja, klar, schwieriger Start. Aber irgendwie hatten die meisten Battlefields halt einen schwierigen Start. Wir gehen mal hier links und flanken hier mal so hoch. Weil hier, meine ich mal, sind Leute. Jawohl. Haben wir schon den ersten rausgeholt. Klar, es gibt hier und da so ein paar Sachen, die sind jetzt nicht so cool. Einige stört es vielleicht auch sehr gerade, dass hier halt die Frauen und so mitspielen. Ähm. Aber wie gesagt, ich sag dann halt einfach, okay, dann spielen hier halt Frauen mit. Und wie wär's? Wisst ihr, wie ich mein? Ist jetzt für mich kein, kein gravierendes Problem. So, wir rennen zu C rüber. Oh, das wird ein langer Weg, ey. So, jetzt die Frage, warum hab ich mir nicht Battlefield 2042 geholt? Das war nämlich auch im Sale. Das gab's, glaub ich, für 20 Euro und Battlefield 5 hier gab's dann für 5 Euro. Ich sag euch ganz ehrlich, mit Battlefield 2042, ich bin da noch nicht so überzeugt. Also wo ich gesehen hab, Battlefield 5 für 5 Euro und 2042 für 20 Euro, da stand's für mich schon klar. Also es war für mich schon klar, was ich mir kaufe. Ich musste gar nicht weiter überlegen und hab bei Battlefield 5 dann zugeschlagen. Weil auch die 20 Euro waren mir immer noch ein bisschen zu viel, dafür, dass ich mein Baby Battlefield 4 immer noch auf dem Rechner hab. Ja, es sind zwei verschiedene Spiele und ich sollte das neueste sicherlich auch mal ausprobieren. Aber in dem Moment hab ich's einfach noch nicht für nötig gehalten, mir das zuzulegen. Deswegen, Battlefield 5. Boah, scheiße, haben wir wenigstens noch den Rechten da geholt? Ja, doch, haben wir. Okay, nice. Hier auch, wenn man tot ist, man kann mit der linken Maustaste halt quasi am Leben bleiben oder quasi abwarten. Und mit der Rechten kann man dann direkt zum Neuspawn quasi übergehen. Und ich kann mich hier auch drehen. Also ich lieg hier, ihr seht das. Kann mich hier umgucken und jetzt holt mich mein Squadmate wieder. Das dauert länger, weil er kein Sunny ist. Und als Sunny kann ich alles wiederholen und es dauert schneller. Äh, äh, geht schneller. Und als, ja, normale Klasse kann ich nur meine Squadmates wiederholen, soweit ich weiß. Und dauert halt auch etwas länger. Nichts Besonderes, wir haben unser klassisches Vierklassen-System. Keinen anderen komischen Schrott. Gefällt mir alles sehr gut. Boah, da unten ist gut was am Abgehen. Wenn ich jetzt noch treffen würde, ne? Dann würde ich echt ein paar Kills hier noch machen. Aber naja, wir pushen zu D. Alter, da oben ist irgendein MG oder irgendwas Heftiges. Oh Gott. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Uh. Okay, wir leben noch, wir leben noch. Schönes, rundes, solides Gesamtpaket. Und, ähm, ist es besser als Battlefield 1? Keine Ahnung, Leute. Wie gesagt, ich wiege das nicht so gegeneinander auf. Aber ich hatte einfach Bock. Es macht mir viel Spaß, tatsächlich. Macht mir wirklich viel Spaß, das Spiel. Ähm, weil einfach die ganze Atmosphäre... ...ist, finde ich, äh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gelungen. Ich weiß nicht, ich kann nicht stehen. Boah, da unten sind aber richtig viele. Ja, das war, es war dumm. Oh, scheiße. Und damit war's das schon mit der Runde. Krass. Ja, und damit würde ich sagen, das war einfach nur eine ganz kleine Runde mal zwischendurch, ne. Boah, wie seh ich denn aus? Cool. Haut mal raus, wie euch das Spiel gefällt. Ich plane auf jeden Fall noch mehr Runden davon zu bringen, weil mir persönlich macht das Spiel echt Spaß. Also haut gern mal raus, was ihr so über das Spiel denkt. Ob ihr da Bock auf Videos habt. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.